Me und Freunde, herzlich willkommen zu Space Gladiators. This is too easy. What the fuck? Okay, hold longer, go higher. Double jump, dash. Okay. Easy. Gar kein Problem, würde ich sagen. So, den können wir easy weg snacken. So kann man nach oben. Und so kann man dann nach unten. Easy. Easy. Was hat der Schmetterling auf sich? Ah, okay. So kann man dann die Tore aufmachen. LB's Map. Ui. Ehe, fliegt weg. Halt, bleib hier. Okay, Map. Ist jetzt nichts Besonderes. Zack, weggesnackt. Das Leben. Herf. Was? Hast du das? Okay, damit können wir Energie auffüllen. Hier haben wir oben. Easy. Fallen Bogen. Ah, okay. So können wir runtergehen. Warte, hier können wir nochmal runtergehen. Hallo. Don't tell Jacob, I'm here. Eyo. Okay, Walljump, wie man sie kennt. Oh, wer ist das? Zack, direkt fertig gemacht hier. Gar kein Problem. He, 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 easy, Junge. Kein Blöde. Ich snick hier so langsam über den Boden. Den sieht man gar nicht. So, wir haben auch eine Inventory. So, da können wir ein paar Stats. Barrow, Hearth. Okay. Easy. Hören wir weiter. An sich sieht er, ist sie, oh, da ist er auf dem Boden. An sich sieht er, oh mein Gott. Alter, was ist das? Komm, mach, fertig, Junge. Alter, zwei Leben. Fuck. Schon fast down. Okay, hier ist ein, hier ist ein Special. Okay, das kostet 62. Ich hab nur 29. Yo, dude. The best trucks. 25. Ja, was bringt uns 25? Probieren, ne? Ach, lol, das gibt neu. Nein, jetzt hab ich gar nichts mehr. Oh, lala. Hello, mister. Oh. Alter, was ist das denn hier für fliegende Toilette? Okay, easy. Kann man sich ducken? Nee, ne? Oh. Dem Schmöderling hinterher. Alter. Alter, der macht einen fast fertig hier. Gibt's hier irgendwie Leben? Oh Gott. Jetzt bloß nicht abnippeln. Was bloßt da unten rum? Okay, so wird doch nix. Jetzt hab ich tot bin. Nein. Rookie. Mh, potato. Mh, potato. Okay, man kann wohl immer einen neuen Run machen. Potato. Best time. Können wir probieren mal potato, Junge. Wie kann's das denn? Wie kann's das denn? Blood shield. Tiny arms. And meatball. Und was haben wir hier? Red energy. Hab ich brauchen den meatball? Da gibt's hier nicht. So, let's go. Deck pushen. Oh, alter. Jo. Wo kommen die denn her? Brück dich mal, Bruder. So, da geht's nicht hoch. Schade. Ey, ich hasse sie, wirklich. Jetzt hab ich immer noch... Ja, ich hab doppeltes Leben. Okay, also fünf von sechs Leben hab ich jetzt noch. Hab dich beschissen. Aber machst du halt nix, ne? Leaky gas. Komm, von dir, dich lass ich mich nicht mehr abziehen. Okay, wir haben noch ein Schild. Alle einfach, alle plattern hier. Keine Schnitte. Frag mich, was die, was die Glühwürmchen hier bringen. Oh, die Schmetterlinge. Oh Gott, was ist das? Wird das watt? Alter! Als ob das übel Damage macht. Oh mein. Oh mein Gott, alter. What the fuck, nur rein leben. The fuck. Muss ich hoch? Mama, was passiert hier? Alter, ich werde doch safe jetzt von oben irgendwie gekillt. Kann mir doch keiner erzählen. Guck mal, das Ding weg. Alter. Das war knapp. Okay, da oben gibt's nix. Alter, wo kommt ihr denn jetzt hier? Oh mein Gott, nein, nein. Ich wurde wieder gekillt. Ich bin doch nicht mehr so weit gekommen. I'm good, 35. Pick a random character. Ja gut, okay. Mehr habe ich auch nicht, ne? Nein, ich kann nicht mehr zurück. Fängt ja schon gut an hier. Ich der Nubi. Also, Rogue-like. What the fuck, Alter, was ist das? Alter, ich mach dem übel Damage. Zack, weg mit dir. Zack, Junge. Alter, da kommen ja noch kleine Spritzenviecher raus. Okay, das hier sind scheinbar immer so Boni. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich krieg einfach von allen auf die Fresse. Ich hab jetzt nur noch wieder ein Leben. Oh mein Gott. Ich krieg da viel Geld. Alter, ich bin zu dumm. Ich bin... Jetzt hab ich immerhin ein Schild. Alter, die ist ja geil. Dann nehmen wir die doch. Schild und ne Kanone. Damit hält uns niemand auf. Was passiert? Nein, ich darf nicht alles verlieren. Alter, ich hab jetzt nur noch vier Leben. Darf nicht wahr sein. Ich bin so scheiße. Ich achte auch überhaupt nicht darauf, was jetzt kommt oder nicht. So, mach dir alles weg hier. Was ist das? So ein HP. So, das hier ist ein Boni-Level. Ich hab gelernt, Boni-Level killen mich immer. Deswegen probier ich das jetzt mal nicht aus. Okay. Einfach immer weiter. Einmal weiter den Zacken folgen. Die killen mich ganz besonders. Oh! Alter, das ist doch nicht wahr. Nein, da will ich nicht hoch. Ich folg der einen Spur jetzt. Oh ja, ein HP. Alter, ich bin so schlecht. So. Easy. So, jetzt kommt der Post oder was? Choose your options. Oder your options. Okay, wir können jetzt hier irgendwas auswählen. Einmal Magnet. All coins on the screen. Okay, die ziehen wir dann ein. Warte, wie viel haben wir denn? Wir haben 32 Coins und es kostet... Wir können uns einfach gar nichts leisten. Ich bin zu arm dafür. Ich hab einfach nichts. Scheiße. Achso, nee, warte. Plus 60. Ah, okay. Wir bekommen natürlich... ... ne geile Waffe. Ich würd' das hier nehmen. Das HP. Ich verliere so schnell Leben. Alter, jetzt kommt der Boss-Fight. Oh! Alter, ich bin noch drüber gesprungen. Jetzt hab ich ernsthaft mein Leben verloren. Komm weg mit dir, mein Freund. Mal Abgang. Oh! Ich krieg' ja gerade nur auf die Fresse. Oh! Nein! Ich bin draufgekommen. Das darf nicht wahr sein. Ich bin so schlecht. Ich kann einfach kein Roguelist. Es ist so mies. Oh mein Gott. Okay, man könnte ja auch Challenges tatsächlich machen. Aber... Ähm... Jetzt sind ein paar. Jetzt sind sogar verdammt viele. Es gibt über 100 Stück einfach mal. 110 Challenges gibt's. Und ich hab noch nicht mal eine geschafft. Ich würd' aber sagen... ... das Spiel ist eigentlich recht cool. Kann man mal zwischendurch zocken. Ja, wenn man in Roguelike richtig gut drin ist, ist das Spiel wahrscheinlich echt geil. Also für alle, die es mögen. Zieht es euch rein. Kostet auch nicht so viel auf Steam. Ich glaub, wenn ihr es euch im Angebot holt oder sowas, seid ihr bei unter 10 Euro. Kann man sich eigentlich geben, würde ich sagen. Schreibt's gerne im Computer, was ihr davon haltet. Und ich würd' sagen, bis zum nächsten Mal. Oder halt. Ciao.